ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Weiß der Flattercher wer der Wilder ist und glaubt, dass er den umbringen will? Und warum sag ich ihn nicht an? Weil er denkt, dass ihm hier niemand glaubt. Ja, passt. Passt doch, gell. Ich kenn ja alle im Dorf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand den umbringt. ARD Text im Auftrag von Funk